Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausstellung ist eine interaktive Ausstellung, wie die Frau Dr. Husslein gesagt hat. Das war uns also von Anfang an wichtig, weil das Gesamtwerk von Peter Weibel letztlich ein interaktives ist. Von seinen frühesten Arbeiten aus dem Jahr 1965, die wir hier in der Ausstellung haben, oder 1966, war die Interaktion das Wesentliche für ihn. Sie sind bereits Teil geworden eines Werks. Sie haben also interaktiv mit einem Kunstwerk bereits agiert. Und zwar, indem Sie das Recht mit Füßen getreten haben im Eingangsbereich. Sie werden es wahrscheinlich bemerkt haben. Und so geht die Ausstellung im Grunde genommen weiter. Dass das hier alles zusammengekommen ist, grenzt fast einen Wunder. Weil es ist nicht so, dass man dann eine Sammlungskatalog hernimmt oder einen Werkkatalog hernimmt und noch Arbeiten von Peter Weibel sucht. Weil die gibt es letztlich nicht. Er hat also ein umfassendes Werk, ein sehr großes Werk, aber es ist nicht wirklich greifbar. Aber die Ausstellung, würde ich meinen, haben wir generiert aus einem ungefähr 250 Lebenskisten, so würde ich sie nennen, die in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Depots und Wohnungen logieren. Und ich würde meinen, wir haben fünf oder sechs, vielleicht auch sieben Kisten konnten wir eröffnen. Eine hat aber noch vor drei Tagen gebracht in einem Reisekoffer mit wunderbaren Vintage-Prints, die wir ebenfalls hier in dieser Ausstellung sehen. So gesehen ist das Werk von Peter Weibel ein nahezu wunderschöpfliches, also ein unglaubliches Reservoir an Potenzial. Und ich glaube, dass das auch hier diese Ausstellung ein allererster Schritt ist, um auch den Künstler Peter Weibel den Leuten einmal herbringen zu können. Die Schwierigkeit von Peter Weibel ist eigentlich, das ist die erste Ausstellung, die erste wirklich große Museumsausstellung, die ihn als Künstler zeigt. Als Künstler ist er am wenigsten greifbar, weil ich glaube, dass er sich selbst im Weg ist, vor allem als Künstler. Und zwar, weil er halt einfach alles ist. Also wie gesagt, er ist eben Musiker, also er hat halt einfach unendliche Funktionen, er hat unglaubliche Fähigkeiten, die wir natürlich auch im Zusammenhang mit der Ausstellung alle hinterfragt haben. Das geht dann so weit, also bis Interviews, also wir haben ja beschlossen, einen Katalog zu machen, der nur mit Interviews arbeitet. Also wir haben insgesamt, haben wir fünf, wir haben neun Interviews gemacht. Das ist aber nicht so, dass man sich mit dem Peter Weibler hinzieht und sagt, so jetzt machen wir das innerhalb von einer Stunde, sondern das war also ein unendlicher Prozess. Aber schlussendlich hat dieser Prozess funktioniert und wir haben es geschafft, also einen Katalog mit 488 Seiten zusammenzubringen. Es hat keinen Sinn, einen Kunsthistoriker zu fragen, weil ich kann mir nicht messen mit einem Slotterteig oder irgendwelchen anderen wichtigen Kunsthistorikern oder vielleicht auch unwichtigen, es gibt viele unwichtige, weil ich habe so vieles von ihm gelesen, das sind Texte, die finde ich einfach nicht wirklich gut. Weil es ist immer dann, wenn man beginnt, sich mit dem Peter Weibler zu messen, dann kommt man sehr, sehr leicht oder gerät man in die Gefahr zu versagen. Und deswegen habe ich gesagt, und das ist ganz gut, wenn ich, also Sie wissen, dass ich natürlich sehr, sehr viel mich mit dem Gustav Klimt und auch mit dieser Zeit auseinandersetze, aber sicherlich einen Faible für die zeitgenössische Kunst habe, habe es in der Regel mit toten Künstlern zu tun. Aber wenn ich aber die Chance habe, also einen lebenden Künstler an der Angel zu haben, dann kann ich es auch nutzen und das war der Grund auch, warum wir so viele Interviews geführt haben. Und es ist wahnsinnig viel dabei herausgekommen. Also diese Ausstellung, alles was Sie hier sehen, ist letztlich auch ein Produkt der Interviews. Das ist das, was Ihr Alltag letztlich ist. Meines ist nicht so sehr, aber ich habe das wirklich genossen. Und ich sage Ihnen eines, wenn man sich also mit der Zeit von Peter Weibler und mit seinen Zeitgenossen auseinandergesetzt, dann taucht man ein und nahezu in einem Paradies für einen Kunsthistoriker. Weil man wird mit Dingen, mit einer Zeit konfrontiert, die so wahnsinnig wichtig war. Letztlich ist es der Nährboden der Gegenwart, der sich in seiner Zeit, und damit meine ich jetzt die 60er, 70er, 80er, auch 90er Jahre, einfach wiederfindet. Das ist die Basis. Und auf dieser Basis kann man definitiv schöpfen. Und wenn ich auch eingangs gesagt habe, also wir, ich habe hinterfragt, wir haben geprüft. Natürlich, es gibt ein Interview selbstverständlich über die Wally Export in diesem Katalog. Es ist ein Thema, an dem kommt man nicht vorbei, weil Peter Weibler und Wally Export haben einfach das, das war das Künstlerbar schlechthin, das internationale, das also hier ähnlich wie Bonny und Clyde, das sagt er auch selbst, agiert hat. Später dann Ulrich und Abramowitsch, aber dann ist es schon ziemlich aus im 20. Jahrhundert, also mit Künstlerbaden. So gesehen war er auch da ein Wegbereiter in gewisser Massen. Aber wir haben es hinterfragt, das heißt, er hat eine Aussage getätigt und wir haben sie geprüft. Wir haben mit dieser Ausstellung 35 Interviews gemacht, also mit internationalen Künstlern, einfach Namen, die Peter Weibler im Zusammenhang mit seinen Interviews genannt hat. Wir sind hingefahren, haben mit den Menschen gesprochen und haben so wahnsinnig viel dabei herausgefunden. Aber nicht nur Information, kunsthistorischer Content oder zeitgeschichtlicher Content, sondern auch sehr, sehr viel Material. Hans Schäugl beispielsweise, ein großartiger österreichischer Montgat-Filmer, Freund von Peter Weibel, der sich auch im Bereich des Expanded Cinema betätigt hat. Sie erinnern sich vielleicht aus einer seiner wichtigsten Filme, weil die alle versucht haben, irgendwie das Medium, den Film zum Beispiel, weiterzubringen. Peter Weibel hat dann gesagt, okay, er ist dann auch weggegangen vom Zeller Luit, aber was er noch gemacht hat, zum Beispiel den Fingerprint-Film. Er hat seinen Fingerabdruck genommen, hat einen 35 Millimeter Streifen gedrückt und hat ungefähr, weiß ich nicht, zwei Tage der Ram herunggedrückt. Und also keine Spielfilmlänge, würde ich meinen, aber immerhin. Also einen Film von drei Minuten zusammengebracht. Und Hans Schäugl, den ich vorhin erwähnt habe, der hat die letzte Konsequenz gesehen, in dem er einen Zwirnsfaden in den Projekten eingespannt hat und einfach den Zwirnsfaden projiziert hat. Und Peter Weibel dann wiederum geht den nächsten Schritt, in dem er sagt, nein, ich baue ja keinen Zwirnsfaden, eigentlich brauche ich überhaupt keinen Film mehr. Und das sind Werke, die Sie auch in dieser Ausstellung sehen. Aber immer nur leichte Ansätze. Es ist nie was, also wir haben kein einziges Kapitel durcharbeiten können, weil es diese Halle sprengen würde. Wenn Peter Weibel in das Thema Expanded Cinema geht, dann würde ich meinen, da können Sie zwei, drei Hallen füllen. Und wenn Peter Weibel in den Bereich der Objekte, der Installationen geht, dann ist das viel, viel mehr, weil er letztlich unermesslich und unerschöpflich ist. Also er nimmt ja auch keine Rücksicht auch vor Dimensionen. Wir haben hier diese Halle zur Verfügung, die im Grunde genommen ein Ideal ist für so eine Ausstellung. Aber dennoch, es gibt also Werke von ihm, die er konstruiert hat, da reicht das nicht. Der hat Installationen, die braucht eine ganze Stadt. Er hat Luftaufnahmen gemacht. Da gibt es also ein Projekt, das heißt der Stöhnende Stein, das ist da ganz hinten in der Ecke zu sehen. Also wenn Sie in die Ecke gehen, in den Musikbereich, dann werden Sie auch den Peter Weibel stönen hören, oder besser gesagt seine Steine. Aber die Vision, die er hatte, das war eine ganz andere. Die Vision war im Grunde genommen einen Riesenstein, mehrere hundert Meter groß, in das Donautal zu geben. Und ihn dort stöhnen zu lassen, ihn dort zu konfigurieren, ihn dort zu positionieren. So ist das, was Peter Weibel denkt. Das ist nicht einer, der im Bereich der Zündholzschachtel denkt, sondern der geht einfach verdammt weit hinaus. Also es gibt im Grunde genommen keine Grenze. Und das ist das Angenehme beim Peter Weibel. Und was wir hier gemacht haben, wir mussten uns natürlich beschränken. Wir haben uns auf Medien beschränkt, klarerweise. Wir haben uns ein Kapitel konstruiert, das heißt eben Wort und Papier, weil die Sprache, damit hat eigentlich begonnen. Ich möchte jetzt nicht die unendlichen Funktionen und Fähigkeiten von Peter Weibel aufzählen. Aber wir wissen, dass er sich sehr intensiv mit der Sprache auseinandergesetzt hat. Er war ja auch Logiker, also er hat Logik studiert, er hat Mathematik studiert, etc. Also mehrere Studien gemacht und manche, die meisten auch gleichzeitig. Aber Wort und Sprache ist der Ausgangspunkt seines Werkes. Da kommt er immer wieder zurück. Und das findet sich im Gesamtwerk, auch im Multimedialen, wenn Sie schauen. Und wenn Sie durchgehen, dann durch das Regalsystem, das wir hier aufgebaut haben, werden Sie merken, es ist die Sprache, ist immer das Entscheidende. Aber so wie wir ihn hinterfragt haben in unseren Interviews, hinterfragt auch er alles. Wenn er sagt, das ist ein Buch, dann begnügt er sich nicht damit, dass das ein Buch ist, sondern er versucht zu analysieren. Weil er sagt, dieses Buch ist ja Papier. Was heißt Papier? Papier? Was besteht Papier? Und so geht es weiter. Dann sagt er, ein Buch besteht aus Seiten, weil ein Buch ist ja nicht nur ein Buch, ein Buch sind ja Seiten. Und ein Buch allein kann er nicht existieren. Es gibt nicht ein Buch, es gibt ja nur viele Bücher. Das sind so Gedanken, die er hat. Er hinterfragt permanent. Und er kann nicht aufhören. Dann wird sein ganzes Leben weiterfragen, wird weiter analysieren. Zum Beispiel, nur mal ein Beispiel am Ende, bei den Objekteninstallationen. Da hinten sehen Sie die Scanned Objects. Dann denkt er und überlegt, gut, die Videokamera nimmt er auf in Streifen. Ja, 1200 Streifen ist ein Bild. Und dann versucht er das zu übertragen. Er sieht die Gegenwart und denkt sich jetzt, da habe ich jetzt eine Tür. Was macht die Videokamera? Zerlegt die Tür in 1200 Streifen. Also, ich würde aber meinen, ihr Ziel wäre gewesen, die Tür in 1200 Streifen zu zerlegen. Das ist ihm damals nicht geglückt. Also, wir reden ja von einer Zeit, die 20 Jahre, 30 Jahre zurückliegt. Aber dann hat er eine Tür zerlegt. Die hat eine gescannte Tür. Die heißt dann Scanned Objects. Und wir haben also hier fünf oder sechs Objekte hier. die er dann zerlegt hat. Und das ist das. Er ist so ein überschreitende, er überschreitet die Medien. Das hat eigentlich Objekte, das aber generiert wird, aus der Medientheorie. Und so ist das, das ist der Weg, den er arbeitet. Und das kann aber dann weiter dran sein. Das kann dann auch ein Film werden wieder. Oder das kann dann auch ein Buch werden. Das kann auch ein Text werden oder ein Lied. Und wenn Sie durchgehen und wenn Sie wirklich aufmerksam sich die Objekte ansehen, dann werden Sie darauf kommen, dass die Antwort des Peter Weibel oder sein Konzept ein sehr, sehr einfaches ist. Aber es ist ein Werk, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Es ist kein Werk, in dem man einfach durchgeht und sagt, der Peter Weibel ist kein Schönmaler. Dem geht es nicht darum. Und das ist der Grund, warum es auch kaum ein Werk gibt. Bei ihm geht es ja nur um die Idee. Ich habe ja oft mit ihm geredet und habe gesagt, wo ist das Werk? Ja, das habe ich irgendwo, das habe ich irgendwo. Aber er hat es nicht irgendwo, weil das Werk nicht existiert. Weil bei ihm geht es um die Idee, das ist das Wichtigste überhaupt. Ich sage aber gar nicht, es geht um einen Gedanken. Bei ihm geht es um die Idee. Und das Nächste, was er dann macht, das ist das Experiment. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Phase dann. Und dann versucht er zu experimentieren. Und viele Experimente, und dafür ist er auch bekannt, sind auch gescheitert. Aber dennoch war es wichtig, weil er im Grunde genommen seine Idee hinterfragen wollte. Und am Ende das Kunstwerk, das ist eher zufällig entstanden. Wenn es für eine Ausstellung gemacht worden ist, dann existiert halt ein Kunstwerk. Aber im Grunde genommen ist für Peter Weibel die Kunst zu Ende, wenn er die Phase des Experiments durchgemacht hat. Andere Bereiche noch, also Schrift und Papier hier. Es gibt natürlich ein politisches Werk. Wir haben jetzt einige Werke, klarerweise, die weggeschmissen worden sind, die er weggeschmissen hat, die Ausstellungshäuser nicht mehr benutzt haben. Haben wir aufgrund seiner Skizzen so nachgebaut. Zum Beispiel das Rad des Realen, das Sie da draußen sehen. Das war aber in Graz, aber auch im Markt zu sehen. Dort hat man es abgebaut und weggeschmissen. Wir haben es jetzt hier aufgebaut und jetzt kann man das auch ausleiten. Das ist der Vorteil, wenn wirklich eine große museale Institution sich mit einem Künstler wie dem Peter Weibel auseinandersetzt. Dann gibt es auch ein Werk und mit Ende dieser Ausstellung werden wir auch ein großes Werk von Peter Weibel in der Sandung des BWDR haben. Im Eingangsbereich beispielsweise sehen Sie hier eine wunderbare Arbeit, eine Neonarbeit. Das ist ja nicht das rezenteste Werk überhaupt, in dem man sich mit Begriffskunst, mit Begrifflichkeit, mit Wörtern auseinandersetzt. Immer wieder finden Sie in der Ausstellung Neonschriften, wo Sie dann merken, wie er arbeitet. Da heißt es dann Kunst, Begriffskunst, dann verbindet er das Wort Begriff mit einem anderen Wort etc. Das ist sozusagen die Welt. Er versucht permanent zu hinterfragen, zu analysieren. Und wenn Sie sich umdrehen, jetzt nur da, wenn ich mir die Fotos da im Hintergrund anschaue, also mit den Händen, auch das ist dann so ein Werk, wo dann versucht sich zu fotografieren. Die Hand ist so, die kann aber auch so sein, die kann so sein, die kann so sein. Perspektive, das sind alles Dinge, mit denen sich er sein Peter Weibel auseinandersetzt. Und am Schluss natürlich, weil er kehrt ja immer wieder auch zur Fotografie zurück, weil es halt für ihn ein Medium ist, in dem er sich dann auch manifestieren kann, mit dem er experimentieren kann. Die Kamera sozusagen als Apparat des Experiments, ein idealer Apparat des Experiments, hat aber auch irgendwann einmal den Weg zur Musik gefunden. 1989 trifft er den Loisek, einen Musiker und Künstler, und gründet mit ihm einfach eine Band, Hotel Morphilo Orchester, die übrigens hier am 10. Januar in diesem Raum noch ein Konzert geben wird. Und dann, aber der Peter Weibel, er war ja der Liedsänger. Das ist jetzt nicht so, dass er eine großartige Stimme hat als Liedsänger, das darf ich ohne weiteres sagen, aber die Texte geht es bei ihm nicht. Der Liedsänger geht einerseits um die Immobilie, klar. Das ist bei ihm, würde ich sagen, sehr, sehr monoton, aber der Text ist ja sehr spreche und er kann es anhören. Und jetzt komme ich aber auch schon zum Punkt, weil das Ende sozusagen dieses Rundgangs, wenn Sie interaktiv durcharbeiten können, weil fast jedes Werk, mit jedem Werk werden Sie in Interaktion treten, ob Sie es merken selbst oder auch nicht. Aber definitiv kann ich Ihnen sagen, Sie interagieren hier bereits in dieser Ausstellung mit Kunstwerken des Peter Weibels. Und das Letzte ist, dass wir gesagt haben, die Musik ist ein entscheidender Faktor. Haben wir auch einen Plattenspieler hier aufgebaut, einen ganz normalen Plattenspieler. Viele wissen, was ein Plattenspieler ist, viele nicht mehr, würde ich meinen. Aber wenn es uns wichtig ist, dass auch die Leute, auch die Jungen, in Interaktion treten mit seinem Werk, indem sie einfach in den Plattenspieler den Tonarm in die Hand nehmen, ihn auf die Platte setzen und dann die Musik über die Lautsprecher hören. Und ich glaube, dass auch das ein wichtiger Akt ist. Und so meine ich, man beginnt diese Ausstellung über einen Rechtsbruch gewissermaßen. Sie treten das Recht mit Füßen. Sie können hier ein weiteres Mal das Recht brechen, weil das hat er ja immer versucht, Herr Peter Weibler, er hat auch das Recht ausgelotet und gescannt wie alles andere. Sie können sich, wie er damals gesetzt ist, 1972 mit der Susanne Wiedl in diesem Auto auf der Bundesdienstflacke, das ist ja verboten, auf einer Bundesdienstflacke zu sitzen und so lange gewartet hat, bis die Polizei gekommen ist und ihn abgestraft hat. Und wie gesagt, am Ende können wir es auch ohne weiteres, und das ist auch jedem erlaubt, hier in der Ausstellung, die Platte 6 in der Stadt in Betrieb zu nehmen. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit Ihrer Interaktion. Als Schüler hat der Lehrer in der Volksschule versucht, den Chor zusammenzustellen. Da hat er jeden Schüler getestet und auch singen kann. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesungen. Und da sagte der Lehrer nach drei Minuten, Schüler Weibler, ich habe nicht gesagt vorlesen, ich habe gesagt vorsingen. Ich habe gesagt, ich singe schon die ganze Zeit. Na gut, ich möchte Ihnen gleich etwas sehr Gefährliches sagen. Nämlich, es gibt nichts Idealeres, nichts Wünschenswertes, für jeden österreichischen Künstler und Künstler hier auszustellen. Jetzt weiß ich aber, das ist das Gefährliche, dass das Jahr 90 Monate hat. Und Österreich hat so viel, viel mehr gute Künstler. Also hoffentlich spricht sich das nicht darum, dass dann zu viele Künstlerinnen und Künstler in Österreich sich auch wünschen, hier auszustellen, denn dann werden sie überlaufen. Das ist, wie schon ist das Ideal? Erstens die Räumlichkeiten, das ist für den Künstler des 21. Jahrhunderts, weil es noch keine Kabonette sind, wo man halt Gemälde aufhält. Es sind wirklich ideale Räumlichkeiten. Zweitens hat der Dr. Weider das schon geschildert. Und das meiste, was Sie hier sehen, sind seine Ideen. Das heißt, das Ausstellungsdesign mit dem Container, mit den Kamen, das ist von ihm. Die Werke, das sind zwar von mir, aber sie waren ja nicht mehr Existenz. Er hat sie gefunden sozusagen. Er hat, wie gesagt, er hat unglaubliche Fehlforschung getrieben, an die 30 Leute in der Jutz. Dann kam er zurück von diesen Reisen aus London oder aus Berlin. Und er sagt, ja, mit dem Mann habe ich wieder ein Negativ gefunden, von einer Arbeit verdienen. Dadurch war es möglich, eben aufgrund dieser gefundenen, negative Werke zu rekonstruieren. Er hat gesehen, ich habe Zeichnungen von Werken, die ich seinerzeit verwirklichen konnte, weil ihm die Unterstützung gefehlt hat, des Systems, in dem ich befand. Und dann war ihm dieses Haus vermutigt, der Frau Territorium Hussland, dass er gesagt hat, Sie bauen, Sie rekonstruieren diese Arbeit. Das heißt, also insereide gibt es Arbeiten, die waren da, aber waren verschollen oder zerstört worden. Sie sind wiedergebaut worden. Oder es gibt hier Arbeiten, die ich skizziert habe, mit zum Beispiel dieses Musiksthema, mit Musikinstrumenten aus Beton, die ich nur eine Skizze machen könnte im Jahre 1975. Aber es hat keine Möglichkeit gegeben, sich zu wirklich zu machen. Und auch diese Lehren, das sind Ideen und Zeichnungen, die publiziert worden sind im Jahre 1966. Aber jetzt konnte ich es erst machen. Also insofern ist diese Ausstellung wie die Geburt des Künstlers, weil ich hier zum ersten Mal, mit 70 Jahren der Möglichkeiten hatte, eben einen Teil meiner Kunstwerke tatsächlich erst zu zeigen, und zweitens zu rekonstruieren und überhaupt neu zu machen. Insofern ist es ideal für jeden österreichischen Künstler, und kann mir nur wünschen, eine Ausstellung zu machen. Ich finde eben, das ist ein Geschenk und dafür möchte ich bedanken, aber ich hoffe noch viel mehr, dass diese Ausstellung ein Geschenk ist ja an die Besucher selber. Die Ausstellung wird eben zeigen, wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie das Wort Savoir, da gibt es das, also ich war damals in Frankreich und habe ich diese Gedichte aufgeschrieben auf Englisch oder Französisch. Es gibt das Wort, das Voir heißt sehen, dann sehen Savoir heißt wissen, dann Ava heißt Zukunft und haben. Sie sehen hier das Wort courage, dann sehen Sie das Wort cage, Sie sehen das Wort age, Sie sehen das Wort rage, Sie sehen in jedem Wort, da sind andere Worte versteckt. Und die Bedeutung ist gültig für eine Welt, aber die Bedeutung ist gültig für eine andere Welt. Das, was Herr Dr. Weidiger beschrieben hat, ich habe von Anfang an versucht, die Welt als eine Summe von Variablen zu sehen, nicht als eine Welt ohne Alternativen. Alle Politiker sagen heute, von Frau Thyssen und Frau Dr. Merkel, es gibt keine Alternative. Das ist eine falsche Aussage. Die Welt besteht nur aus Alternativen. Und dadurch zeige ich hier Alternative in Worten, Alternative in Bildern, es gibt den Begriff arm, aber es ist arm wirklich. Jeder von uns hat einen verschiedenen Arm. Das heißt, die Verschiedenheit muss man aufdrücken in der Kunst und der Alternative muss man aufdrücken in der Kunst. Und darum sage ich, die Aufgabe der Kunst ist genau das, eine Tür zu zeigen, wo die anderen sagen, da gibt es keine Tür. Und das kann die Kunst leisten. Und angefangen von dieser Sprachkritik und dieser Sprachanalyse. In Österreich ist ja das Land Analyse. Von der Psychoanalyse bis zur Sprachanalyse, das ist wie ein Kreisweis, die ich beide in meiner Jugend studiert habe. Also die Sprachanalyse war das erste. Analyse ist Medium Sprache. Die Sprache war für mich ein Medium mit Maschinen. Ich kann ein Gedicht schreiben über die Freiheit, und sie sieht die Freie Statue, und die hat eine Flamme in der Hand. Aber ich kann das Papier anzünden, was brennt. Und dann kann ich das sogar so machen, ich mache ein Foto von einem brennenden Papier, aber das heißt nicht, dass der Funk überspringt. Weil ich habe das dann geschafft, dass das Bier auch selber brennt. Das ist ein Problem, Sie können Roman schreiben, wo jemand das Parlament anzündet. Aber dieser Held tut nicht den Roman selber anzünden. Das sind eben diese ontologischen Differenzen. Das habe ich dann wieder ausarbeitet, solche Probleme. Und von dieser operativen Ansicht, Sprache als Medium, bin ich weitergegangen, das nächste Medium, Fotografie, Video, Film, bis herauf zu Computer. Und es gibt kaum ein Künstler, der systematisch, mit einer analytischen, kritischen Methode gesagt hat, und all diese Medien, die ich durchlaufen habe, konstruieren eigentlich die Wirklichkeit. Die Medien sind eine Art Landkarte, und die Landkarte bildet nicht das Land ab, sondern die Landkarte bildet das Land. Und somit die Medien das Land, die Wirklichkeit herstellen. Also die Widerkeitskonstruierung. Und all diese Überlegungen sind sie hier ausgestellt, auf eine Weise, wie sie noch nie die Möglichkeit gehabt haben, etwas zu sehen. Und dadurch ist auf der Titel der Ausstellung kein Werbegeg, sondern sie wissen, Kunst heißt, als das ist, Wahrnehmung. Und das Versuch ist gerade bei einem Anbliefen Sprache, bei einem Anbliefen Kunstwerken, ihre Wahrnehmung zu verändern. Dass sie das sehen, was sie vorhin noch nicht gesehen haben. Und wenn sie die Welt anders sehen, dann gehen sie anders aus diesem Haus heraus. Und das alleine schon, dass sie die Welt anders sehen, wird tatsächlich, auch wenn es nun minimal ist, ihr Leben ein bisschen verändern. Und wenn das nicht gelingt, dass diese Ausstellung ihre Wahrnehmung verändert, die Wahrnehmung auf die Dinge, auf die Welt, da muss ich sagen, bin ich als Künstler gescheitert. Also liegt mein Schicksal in ihrer Hand, zuerst in deren Hand, weil sie mich über das ausgestellt haben, und dann liegt es in ihrer Hand, ob das gelungen ist, mit Kunst sozusagen eine Veränderung zu bewirken. Und noch einmal, wir danken mich außerordentlich, der Dr. Ruster und Dr. Weidinger, dass sie uns allen, nicht nur mehr alleine, uns allen, die Möglichkeit entgegen haben, durch Kunst eine Wirklichkeitserfahrung, eine Wirklichkeitsveränderung, eine Wirklichkeitswahrnehmung zu erleben, wie es nur die Kunst ermöglichen kann. Danke Ihnen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020